So, hier haben wir den Daniel, der Pirat. Er wohnt in Speyer, ist aber ein typischer Zwebringer. Das treibt dich nach Speyer? Beruflich bedingt, arbeite ich in Mannheim, wohne in Speyer. Was arbeitest du in Mannheim? Bootsbauer, Pirateschiffglauer? Key Account Manager, also im Vertrieb. Okay, macht Spaß. Ja, so weit, so gut. Passt, ja. Aber dich treibt immer wieder hierher nach Zwebringer. Ja, selbstverständlich. Die Heimat. Und vor allem halt die Fastnacht in der Stadt, in der Feststadt. Absolut. Stadtfest und Fastnacht, das ist ein absolutes Muss hier in Zweibrücken. Okay. Und du bist ein typischer Pirat-Räuber oder einer von denen Brave? Ja. Oder auf der Suche nach einer Frau? Weder noch. Weder noch, ja. Äußere ich mich jetzt nicht dazu. Okay, du bist vergeben. Ja, richtig. Und hast gerade Krach mit einer da. Nee, nee, um Gottes Wille, um Gottes Wille. Okay, Daniel, Zweibrücken-Feststalle. Ich hoffe, dir gefällt es genauso gut wie uns hier heute Abend. Absolut, sehr gut. Du darfst Leute grüßen. Wir hoffen, du kennst unsere Sendung. Schieß los. Nee, was für Sender? P6TV, www.p6.de. Ah, der Pirma-Sensor. Genau. Ah, okay, okay. Pirma-Sensor, ja. Ich grüße alle, die mich kennen. Ja, Servus. Okay. Okay. Freitagabend, Astrono 15 im offenen Kanal. Zweibriger kriegst du. Absolut, schaue ich mir an. Danke dir. Viel Spaß. Ciao.